Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video. Heute wollte ich euch meine Seitensammlung zeigen. Einmal die und sieht hier auch gleich aus. Die bleibt, dann habe ich die, die bleibt auch. Manche mögen ja. Dann habe ich die, die bleibt, glaube ich. Die bleibt auf jeden Fall. Ich rieche mal an der. Also nicht. Ne, die kann ich aussortieren, die hier. Die sortiere ich aus. Dann habe ich hier so ein Schwänchen, bleibt. Einmal diese Lilana, bleibt von Balea. Die bleibt auch. Die habe ich. Bleibt. Die bleibt. Also da sortiere ich nicht viel aus. Die bleibt. Die bleibt auch. Die hat so kleine Dings drin. Die ist richtig geil. Bleibt auch. Die bleibt. Habe ich hier noch so ein Lebtuchmännchen. Bleibt auch. Die Elefantenseife bleibt. Hier rieche ich noch mal dran. Die kann ich aussortieren. Und noch. Obwohl es so schön ist. Aber nein. Ich will ein bisschen mehr Platz schaffen. Die bleibt. Die bleibt. Diese schöne bleibt. Die ist auch wunderschön. War nicht so ein Verpackungsopfer wert. Aber ich brauche hier auch genug auf. Die ist auch schön. Hier eine teure. Bleibt. Mit dem Kücken drauf. Bleibt auch. Das war meine Seifen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Eure Beauty Puppy. Tschüssi. Tschüssi.